und wir machen heute aufgeteilt haben ich habe ich kann grad nicht reden ich bin mal dabei ich bin aber ich bin auch ein Lager damit um so ein Mülleimer machen er ist ein Leben in der Welt vor Ort an in den Hintern stehen am morgen Schorlachschung Joachim Spur Nö irgendwas wenig Nö dann lasst du irgendwas überhaupt hoch Lassi irgendwas überhaupt noch hoch hier ist Meteor und sind ja eingekracht die Baustelle und das wird die Motivation bei mir fehlen die nötigen Mittel aber sie haben gewünscht auch immer glaube ich die oder bis so was bis zu regelmäßig hochland aufnehmen er hat es mir hätte ich ein erbrauchbares Internet und müssen nicht neuneinhalb Stunden uploaden für ein 20 Minuten wie ich gerne mein Gott um ein Alien-Creeper kann ich mit dem aufnehmen er kann nicht ab getötet man denkt immer die sind stark aber aus den nächsten meteor eingekrachten stammel gerade diese meteor schon wieder einer halten braucht nicht so ein Schild das ist gleich vorgekommen am ende der aufnahmestation ist mein Haus weg da ist natürlich da nicht so cool so hoffentlich funktioniert der war auch jetzt nicht perfekt ich bin da ich bin da sie ist bei mir hier stehen wir uns so wie okay wie viel meteorisches habe ich 24 und ich mach mal ein ganzes Deckwort Ey bringen wir die mal bitte, würde ich immer die Meteorrüfzung machen Hier nimm meins, nimm meins, ich hab klein Geld Kleine Ratte Logi, ich hab klein Geld, du kleine Ratte Oh, ich hab's Ich hab vielleicht die Meteor, äh, diese Meteor sag ich noch, äh, diese Alien Creeper kommen nur, wenn der Meteor aktiv ist, hab ich gesagt Die kommen eigentlich immer, weil so behinderte Wichsfiguren sind Logi, kannst du mir da mal ein Meteor-Dinger leihen? Ja, ich hab grad ein ganzes Deck, vor welchem ich ein ganzes Deck habe, kann's einweilen Sehr nett Ding, das neue Ich muss mir auch was machen mit diesen Meteor-Teilen da Ne Hacke oder so, damit ich besser Güse einabbauen kann, ohne dass ich das einsammeln muss vinegar Und wenn du mir ins Deck bist, gibst du dir wieder eins zählen Leslehlehlehlehlehlehlehlehlehlehlehlehleh Ich kann mir euch schon vorstellen, schon beidigimove n bei dem was wird doch passen und du? bei Games Store oder was? bei Gaster wo willst du denn ganz genau hingehen? das ist Gaster oh Gott hat er echt ein Real-Life-Video gemacht nein warum gede schon ich dachte so guck ich mal wer so ein Netzwerken drin ist als ich so ConCraft, was fressen ey ich hab mein Teil mal nicht gestellten ja als du ConCraft, der meinte, der machte mich immer Real-Life-Videos schauen hm meinte ich ConCraft, der macht immer Real-Life-Videos ey ich hab mein Teil mal nicht gestellten wissen wieviel wann wir angefangen haben ungefähr nein ich mach grad Hause ConCraft, du brästleid ja du sagst ja du hast ConCraft, ConCraft, dann sagst du mal Hausaufgaben ich cut immer ganz kurz ich bin wieder dran und weiter gehts die Aufgabe erfasst heißt jetzt muss ich das setzen oder stichpunkte mach возможно nein setzen einfach alles in einem setzen ne, a ne muss ich das im Stichpunkt in einem erfassen mal sehen mach einfach alles mach einfach alles mach einfach alles erfassen, Visionary Alter da wie kann er sich gelten worden mit dem Volk zu suchen wenn ich hätte es nicht nur ein Gründer die erdeckten das war so wichtig ist es nicht in der Technik hier wollen wir kommen wir sollen die Betrachtung ja wohl Warte bis zu Hause sie werden nicht wir sind sie sich ihr ja hier vor meinem haus warum hast du mir mehr mädchen er behalten das kommst du hier soll ich eine meteorischen kompletten warte mal ich will schon was ich muss ich muss ich muss eine kräftige 2 die baut man das einbogen 1 lokal zu sterben hatte hast du ein bogen hast du einen bogen das frage ich nicht nur was für ein ganz normalen bogen das ist ein rain foto und ein redstone ich kann ich mir auch schon mal nimm einfach halte claude nichts wichtiges ich nur einfach die bürgen die du hast und die normalen bürgen hier überpowered du hast schon zwei teile der tiefrüstung ja vielleicht kommt geht weiter mit spiegel gesetzt okay ich brauche jetzt cobblestone kann ich noch aus meiner moschee warte doch mal ja ich bin am verrecken er hat einfach mal auf zehn leben und sagt er ist am verrecken ich weiß dass es auch bahnen kann das kann auch sein dass es manchmal wagt das hat er noch sechs das packen ist die komplette meteorischen gut das war ich hoffe ich bin ich brauche mal ein test ein 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 was schon durchmacht die magnetisch das kommt cool ab Prozent die Lübiger Nürnberg und Wochenende die Besserung okay was wird in Deutschland ich möchte nicht viel noch kommen wenn man muss so verstanden sind das sind nicht der Scheiße sind schon ziemliches Wolken wenn er mal der Müller auch jedoch der Punkt ist es ein bisschen mehr platzieren Kulturnahmen fertig ja ich hab's schon aber auch einfach was hat er platzieren wenn sie dabei Prozent mit der Aufmermer wieder verkauft ist zu machen für mich auch okay ich habe immer noch meine exekte essenz er kann dieses teil das nicht einfach alles automatisch ausschließen dieser dropper also der bogen muss ganz sein durchfaschen oder so ich habe noch nie ein gehaltenes anwesend mit dem richtigen loken ich muss das nicht platzieren ist egal wo ich das nicht platzieren damit ist mehr und damit ich ja gerade das von vier mal vier glaube ich muss also leuchten loken das muss man so glitzer weiter ich habe ein neues feld platziert 4x4 am angst hier er muss so ein feldborn wo du in der mitte das geliebt hat was nur und roma über eine feldung und wenn die bieten folgen die neuesten übermengt dass er noch bei dir auch er will ich kann wieder meine über das wasserfliege okay ich hab's platzieren jetzt erleuchtet man so ich stehe nicht löschen ich sehe nur so Partikel raus wollen ja das kommt was raus ja dann lässt es alles in Ordnung ok ok ich muss mir jetzt einen Bogen basteln damit ich die Chefs wieder neu bauen kann für den Müll einmal also normalen Hektik der jetzt irgendwie schon 3000 Rüstungen ich finde hier einfach keine Türme die nach unten gehen wo sind die alle hin? was ist denn das? Leute wir haben ein Problem wir haben ein riesen Problem jetzt mitlaufen mehr eine Mauer die geht ungefähr 50.000 Blöcke hoch ja das hat sie den gefunden der Taddel was kann ich auf der Mauer machen? ich glaube in der Mauer sind die Endermänner weißt du wie riesig die Mauer schon die geht das ganze Meer und dann ist ein Boot back im Meer ja ich weiß alter was ist das für eine heutige Brücke diese riesengroße ja das ist das Screenshot ich schickt euch das gleich mal geil ne? ja also schön ohne ohne und die Gerüstung gegen Endermänner gegen so eine bewaffnete Endermännerk du ich hab kein Redstone fuck fuck ich hab kein Redstone ich hab kein Redstone ich hab kein Redstone immer was ist was macht die Mauer hier geht die einfach nur es ist einfach nur ne Mauer ja die trennt sich von irgendwas aber ich weiß nicht vor was die trennt sich vor gar nichts ich kann ja ein bisschen von dir n warum funktioniert das nicht nur weil der Bogen nicht ganz ist n das ist nicht und ich bin auch so in sein Bett gegangen ich bin auch so in sein Bett gegangen so wollen abfügegelt kann der Piratenboss nicht geht nur an ich hab das nicht so ich krieg dir mit dieser Eisenrüstung der nervt dich aber nur ich finde den viel geiler wenn ich wollte abfügegelt hat gegen den Piratenboss das ist der einzige die nicht das ging das gut weil er sich mal so weil er mich immer an von weil ich mich immer nur auf den Einkommen wenn ich eine Klonekirche die Futsch wie macht man ein Bogen noch mal äh mit drei Strings und drei Sticks X und Strings ok ja ich hab ein Ninja-Däger ich bin da krass in der Welt ok ein Rutschort die Rutschort mit dem Schaum ich habe einen goldenen Bogen will den jemand haben den brauche ich den brauche ich den goldenen Bogen berücksichtigen weil so heißt wie schießt hab ich jetzt irgendwie falsch platziert die ja ok ich google ich so einfach nach dem Bau Dachbau kannst du von mir aus ah so funktioniert ok Ninja-Däger ist meine steht fest ich fang auf den Ninja-Däger warum willst du Ninja-Däger das ist die Durchbrotten ja da kann sie nicht durch zum Beispiel so unterstellt zum roten Porden ich meine auf unseren Zerr warum willst du das nutzen was nein was ist über diese heutigen Mauer die ist einfach mal riesengroß oh gut der Bogen ist wieder ganz ich habe aus Versehen gerade verwendet hier ist noch ein Piratenboss goldene Apfel hier sind Endermänner mit Goldrüstung und Goldschwertern in Diamantschwertern das habe ich gemeint das habe ich gemeint weißt du was du damit meine warum alter schon die sind nicht stark die sind nicht stark die sind wirklich nicht so stark ach die sehen nur so aus was du mit Goldern und goldenen Giantsword ach greift die mal einfach an er wird ein Diamant Giantsword da warte mal greift die alter 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 ich zugreifft die an ja die King kommt schaden und porten sich nur rum alter das ist ja das Problem die machen nichts die sind die ätzend die sind die ätzend ah dass die Mauer riesig ich sehe nur die Mauer mitlaufen was alter die am Bogen die haben alles die machen mir trotz goldenen Äpfel fast ein Herz schaden wenn ich schlaufe treffer alter ich kann nicht so einen goldenen Apfel direkt essen die machen mir drei herzen schaden ohne goldenen Apfel die sind nicht stark ach sind die nicht stark ja ist schon mal gegen die gekämpft ja wohnen mein Traum ja es hat auch vielleicht ein Scale Rüstungen in den Schaden was habe ich ein paar Teile der Neckerei Rüstung kaputt ich habe nicht mal ein hellem Alter das war auch nicht ok jetzt bleibt bei mir das war wie ich schmiert weil es sich mal ein Ränder fällig ist ok ich hab zwei Goldes gesehen das heißt gleich wieder die Trocken Goldner gibt hey und wieso wir sind hier keine Piraten oder diese Viecher also wir haben wir eine goldene Äpfel verbrauchen vielleicht grenzt die Mauer die ein oder so ok wir haben gleich noch ein goldes Schokobuch bitte 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 ein die Mauer geht einfach so straight äh durch die durch die durch die durch die Welt ich kann nicht grenzt nichts ein wir haben jetzt noch wir haben noch ein goldes Schokobuch aber wir können die leider nicht benutzen Enderman Berserker singt doch cool da waren einfach nur extrem Alter Enderman Berserker warum jetzt bin ich im Gefängnis von denen NEIN Ninja Däger boah ich liebe den der hat den Arsch gerettet alter da waren 20 Enderman mit mir im Gefängnis ich sterbe gleich die machen mir so immens Fisch ja die haben ein Schwert ja das ist erbogen also mein Bogen bringt bei den Endermanern nichts wie wir sind denn hier du und so ein Screenshot Screenshot so ich höre ich jetzt gleich ich habe einen Hockshot und wusste ich gar nicht Hockshot was kann man diesen Hockshot machen ja drück mal Schild und zieh dich irgendwo ran warte mal kann ich nicht miteinander kombinieren ja Longshot ey kann ich den hier irgendwie hitten oder so warte mal Longshot ich will es auch testen der Longshot ist nicht so gut jetzt habe ich den Longshot das Beide auch ist nur noch der beste warte wie funktioniert der denn rechts legen und mit Schrift ranziehen wir haben die Enderman auch im Boss Enderman ich weiß ich glaube schon ich weiß aber nicht wenn er bin ich gefickt alter aber der wird sich auch ganz hin wegbohren wie stark die machen im Ende diesen großen macht nur übelst viel Schaden wenn man auch die Wirkung verloren neuer essen öffentlicher alter die kann sie nicht treffen egal mit was oben geht durch die Komplett durch und schwert auch zu 70 Prozent zu 70 Prozent die Herausforderung für die Katze sind kein Schaden ein Herz maximal kannst du es mit denen aufnehmen ja ich besiege die jetzt alle da hin platzieren da hin platzieren da hin platzieren ich schaue das halt so genommen mit goldenen Äpfel weil die einfach zu stark sind wie viele Folgen habe ich schon aufgenommen? 2 ne? jetzt ist gerade die dritte ok die Folge ist zu Ende bis dann tschau bis dann